Hi! Und auch heute ein Betthüpfel für dich. Lass uns schauen, was die Lovebox für dich parat hält von deinem Liebsten. Konzentriere dich! Dich geblockt! Ich weiß, dass ich dich blockiert habe bei WhatsApp, Facebook und Co., aber nicht um dich zu kränken, sondern ganz einfach deshalb, weil ich mir wünsche, dass du mich loslässt. Ich bin nicht der Richtige für dich. Ich bin nicht gut genug für dich. Du hast etwas Besseres als mich verdient. Wenn ich dir da helfen kann, melde dich. Ich wünsche dir eine gute Nacht und bis ganz bald!